Willkommen, willkommen aus Berlin, wo ich euch das Samsung Galaxy Note 8 vorgestellt habe. Und hier seht ihr es jetzt in meiner Hand, aber in einer Hülle. Und zwar geht es hier um das LED View Cover, das hier von Samsung jetzt schon seit ein paar Jahren kennen. Sieht aber weiterhin bei dem Note 8 auch super aus. Einmal mit dem dunkelblauen Design und dann haben wir das Gold, natürlich auch für das goldene Modell. Hier zeige ich euch jetzt allerdings bei dem schwarzen Midnight Black, wird es eigentlich ja genannt. Hier das dunkelblaue Cover dazu, was nicht ganz so schwarz ist, wie ihr meinen würdet. Wie es aber trotzdem noch zum Smartphone passt, seht ihr hier ganz genau. Denn wir haben überall natürlich die offenen Anschlüsse, die Ecken werden ganz gut geschützt. Rechts kommen wir wunderbar an die An- und Ausschalttaste ran, ohne dass wir entweder eine dicke Schale durchdrücken müssen. Aber die linken Tasten, die sind natürlich hier komplett auch nochmal geschützt. Beziehungsweise oben haben wir natürlich auch nochmal das Mikrofon und die SIM-Karte und MicroSD hier komplett freistehend. Wenn ich das Ganze aufmache, seht ihr, das Display geht an. Wenn ich es wieder zumache, erscheint hier nur die Uhrzeit ohne Interaktion. Hier können wir auch nichts einstellen, höchstens ob wir AM oder PM-Zeiten haben wollen. Beziehungsweise hier drin haben wir dann einen kleinen Platz. Nicht für unsere Kreditkarte, sondern für Business-Karten oder ähnliches. Das steht hier explizit drauf, wenn ihr die Hülle kauft. Bitte schaut, dass ihr keinen Magnetstreifen oder sowas hier drin habt, auch Hotelkarten oder so nicht. Denn die könnten dadurch gelöscht werden, dass hier natürlich ein Magnet drin ist. Hier bei dieser Hülle, die übrigens von innen so durchsichtig gehalten ist. Das sieht man hier ganz schön bei der goldenen Hülle. Hier natürlich auch schick ausschaut. Hier kann ich mal das Handy noch mal kurz einlegen, dann seht ihr, wie leicht man das einlegen kann und wie relativ leicht das auch hier abzulösen ist. Leider kann man das hier nicht hochziehen und dann aufstellen als Stand-Cover, sondern tatsächlich ist das hier nur eine WebView-Cover hier in einmal Gold und Blau. Hier für das Samsung Galaxy Note 8. Vielen Dank, Zuschauer. Mein Name ist Balaschkerl und bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.